Hallo, in diesem Video möchte ich gerne erklären, was eine Präfixberechnung ist oder eine auf Englisch Prefix Computation. Das hier unten rechts, das ist unser Cheatsheet, für alle, die es schon so halb wissen. Wikipedia zeigt uns leider nur die Präfix Summe oder die Prefix Sum. Aber gut, wir wollen direkt einsteigen. Bei der Präfixberechnung, das erste, was wir brauchen, ist eine Reihe, eine Liste von Elementen. Wir machen das jetzt mal abstrakt mit x1, x2, x3 und x4. Und wir rahmen die mal so ein. Das ist unsere Eingabe. Dann brauchen wir als zweites einen Operator. Der kann alles sein. Der kann Multiplikation sein, Division sein, Plus, Minus, das maximale Element. Wir machen jetzt mal das Plus als Beispiel. Wir nehmen den Plus-Operator als Beispiel. Das deckt sich dann auch mit der Prefix Sum oder der Präfix Addition. Okay, und Nummer 3, wir berechnen das Ergebnis. Wir haben so viele Ergebnisse, wie wir Elemente hier oben in der Liste haben. Und unsere Ergebnisse, wir nennen die jetzt mal y. Und dann kommt raus y1. Unser erstes y ist einfach nur x1. Da muss man auch nichts berechnen. Unser zweites y ist x1 plus x2. Sehr einfach. Unser drittes y ist x1 plus x2 plus x3. Und unser viertes y genauso. Also das geht immer weiter und dann kann man das bis n hier weiter fortführen. Ich hoffe, das ist relativ klar geworden. Ist eigentlich super, super einfach. Was jetzt noch passieren könnte, wäre zum Beispiel, dass jemand sagt, nein, nein, wir wollen gar kein Plus. Wir wollen zum Beispiel... Wir machen mal geteilt. Das heißt, dann haben wir immer noch y1 ist immer noch x1 und y2 ist jetzt x1 durch x2 und y3 ist jetzt x1 durch x2 durch x3. So, das war es schon. Das ist die Präfixberechnung. Das sagt einfach nur, dass man diese ganzen Ergebnisse haben will. So, das erklärt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann zum Teufel braucht man sowas? Wann will ich denn so viele ganz viele einzelne Ergebnisse haben? Meistens will ich doch nur ein Ergebnis haben. Ich habe da jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und festgestellt, dass ich kenne kein Beispiel, was das wirklich veranschaulicht, wo man sagen würde, ach, jetzt weiß ich genau, wofür man das braucht. Bitte gerne in die Kommentare, wer irgendein tolles Beispiel hat. Falls jemand das kennt, bei parallelen Algorithmen wird es zum Beispiel für den List-Ranking-Algorithmus benutzt. Oder beim sogenannten Eulerian-Trail wird das benutzt, wenn man in einem parallelen Algorithmus bestimmen will, wie tief ein binärer Baum an jedem Knoten ist. So, aber gut. Das gesagt, ich will noch auf etwas anderes kurz hinweisen. Und zwar, wenn man im Internet sucht, eine andere Darstellung. Ich will eine andere Darstellung machen. Wenn man im Internet sucht, dann findet man nämlich doch was anderes. Diesmal benutzen wir mal Zahlen. Sagen wir, das ist unsere Liste diesmal. Und jetzt wollen wir hier eine Präfixberechnung durchführen. Das ist natürlich hier unser x1 von eben aus dem Beispiel. Und das ist unser, wir nennen es jetzt mal xn, der Einfachheit halber. Und jetzt haben wir unser y1. Das ist einfach nur 1. Hier haben wir unser y2. Und das ist 1. Und wir machen jetzt mal mit dem Plus als Operator wieder, weil es einfach nur einfach ist. Dann haben wir hier 2. Und hier haben wir y3. Das ist das hier. Und das hier. 2. Dann haben wir y4. Und der geht so. Und wieder auf 1. Jetzt wird es langsam knapp. y5. y6. y7. y8. Und y9. Ich denke, ihr seht, worauf ich hinaus will. Und zwar, dass das einfach, manchmal wird das einfach so dargestellt. Du hast dann hier eine Berechnung. Entschuldigung, der ging zu weit. Du hast hier eine Berechnung. Und der nächste berechnet dann diesen mit diesem hier. Und so bildet sich dann hier so ein riesiges Quadrat an Nummern. So, warum erkläre ich das jetzt? Weil es einfacher ist? Nein, ich finde diese Darstellung unglaublich schwer. Ich finde das viel einfacher, wie ich das gerade hier oben mathematisch dargestellt habe mit den Formeln. Ist viel einfacher zu verstehen. Aber im Internet, ich gehe wieder runter, im Internet steht es halt leider manchmal so. Und deswegen sollte man vielleicht wissen, wenn man das sieht. Ach, okay, das war die Präfixberechnung. In diesem Fall ist es sogar eine Präfixsumme überall, weil wir immer überall Plus rechnen. Es könnte natürlich auch, wie ich schon mal gesagt habe, es könnte zum Beispiel auch eine Präfixsubtraktion sein. Oder es könnte eine Präfix, wie nennt man das denn dann, eine Präfixmax. Also, dass du dann hast, der, was war das denn für ein x gerade? Der Maximalwert von 1 und 1 zum Beispiel. Das wären dann diese zwei hier. Ach, okay, das ist 1. Und dann hätten wir das nächste hier. Der Maximalwert von 1 und 0 ist wieder 1. Wo wir bei einem Max hier dann auf 1 wären. Was ich einfach sagen will, ist, dieser Operator, und das ist der wichtige Punkt, das ist nämlich eine Präfixberechnung. Der Operator hier, der kann alles sein. Der kann Max sein, der kann Min sein, der kann sogar Module sein. Geht alles. Wichtig ist, dass man für jedes x, was hier oben ist, dann nachher auch ein y in der Ausgabe hat. Und, vielleicht kann man sich noch merken, das erste ist immer gleich. Na gut, dann will ich mal aufhören zu reden. Vielen Dank fürs Schauen. Fragen, Kommentare in die Kommentare.